so da sind wir und weiter geht es mit der nächsten runde und mit der virginia so wärme dich ein bisschen auf hier da ist wieder draußen einer wo kommt ihr denn immer her wo kommen die immer her so trink dich mal satt hier noch ein bisschen ja die ist kalt und bist nass ja 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 ich glaube die sind durch ne die sehen so gelb aus zieh mal lieber den hier rein warte ich habe meine tür doch die tür ist immer noch da okay alter haut die reine so wollte eigentlich der brüsten der dings der kevin kevin äh wo bist du warte 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 nochmal irgendwo dahinten ich bräuchte nämlich noch ein paar steinchen für diese ecke hier und für da hinten wo ist denn der kevin also kann ich hier rüber ach da wirst du jetzt mehr deine steine geben warte ich tue mal das tolle ding da weg das brauchen wir jetzt auch nicht wir brauchen ohne ende steine ohne ende so dann werden die einfach so befestigt nein nicht schmeißen jetzt hat er keine mehr wir können keine selber sammeln weil man die nicht sieht im winter aber kevin city auch noch so ein beutelchen danke 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 ich kann keine sehen im winter da liegt ein fisch komm hier hoch hier hast du jetzt keine mehr ist das ein dilemma danke so die haben wir schon alle der ist jetzt als nächstes drin zack zack und ich finde hier keine ich gehe und drücke hier eh die ganze zeit aber meiner weise liegen ja immer welche hier der kevin der holt sie aus dem schnee der zusammen ist der plötzlich weiter da und zwar die ecke auch noch zu machen ich glaube besser wärs ne wenn wir schon mal hier sind ich kann jetzt keine Stöcke mehr tragen jetzt mal tu das mal weg hier nimm mal die Stöcke nimm mal die Stöcke bitte wo man sieht das gar nicht ach da so kann man denn auch auf die Steine drauf falls sie hier auf die Idee kommen hier auf die Steine zu springen tja hab sich ja nicht angesagt da bin ich dagegen gekommen ne siehst du ohne Steine fallen dir direkt um so kannst du mir die geben ok so machen wir aber erstmal hinten da fertig du 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 da ist nur drei da fehlen noch so viele ne ja ja keiner mehr da dann machen wir die nun mal ja nein nein nicht so so hab ich mir das vorgestellt ja top du 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 Von wo kommen die denn denn? Ach, Alter. Ha! Nicht mit der Virginia. So, da ist Platz. Ja, ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. Einer weniger. Ha! Hat er was gefallen lassen? Ne. Die kann so gut zielen. So gut. Zack. Der geht nach da. Du gehst auch nach da. Du gehst noch da. Nein, der war daneben. Wo denn? Wo denn? Ach, da ist noch einer, ne? Ja. Die kommen alle über den C, weil er jetzt gefroren ist, ne? Aber im Sommer. Ach, der hat nur so ein Täschchen. Oh, die sind beide gleichzeitig, irgendwie. Alter, ist hier was los, ey? Ja, danke. Man sieht die gar nicht, ne? Man sieht die gar nicht. Ich trinke mal umge... Naja, ich kann ja gar nicht trinken, ne? Hier aber. Okay. Hol Steine und mir geben. Die hängt da mit der Waffe rum. Ah, ich brauch Steine. Holte er jetzt Steine, oder? Wo ist der hin? Es gibt einfach keine Steine. Es gibt einfach keine Steine. Da hinten läuft er rum. Da findet auch keine Steine mehr. Wetter gibt es keine Scheine. Ich... Na, man findet keine Steine jetzt hier. Ich gucke die ganze Zeit eh. So. Zack. Fangen wir mal da oben an. Zack, zack, zack. Okay, weil da komme ich jetzt nicht mehr dran, ne? Okay, irgendwie klappt das. Der hier und dann einmal so. So, dann brauchen wir nochmal drei Steine und dann haben wir schon mal die Seite komplett. Endlich. Endlich. Wo ist mein Held? Wo ist mein Held? Wo ist mein Held? Ach, der braucht auch noch eine Seite. Ach, der braucht auch noch einen Punkt. Genau. Zack. So, jetzt haben wir die Seite hier. Zack, fertig. Ah, der springt schon wieder einer rum hier. Ah, der hat die ganzen Steine fallen lassen. Ich hab mich selbst getötet. Ah, alter. Genau, apropos töten. Ich sollte mal speichern, ne? Einfach so mal speichern. Kann ich die jetzt schon machen, bis er die Steine holt? Und dann tun wir nur die Steine drauf. Nein. Nein, das war falsch. Ah, da hätten sie wieder rambazamba. Was ist mir die Steine gebracht? Was ist dir das? Du, 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 du. Uhhh, da Associate,yncrasse, Machen wir noch ein paar Stickis. Weißt du das nicht? Mörs kannst du trinken. Oh, er bringt wieder die ganzen Steine. So, hier hat noch einer gefehlt. Jetzt haben wir keine mehr. Sind die auch schon gelb? Na, die sind doch gut, ne? Dann machen wir das so. Und hier noch einen. Warte, lass mich hier hoch. Ich muss bauen. Oh, danke. Die Steine fliegen weg. Nein. Nein, da sind meine, meine, meine. Was nimmt er dir nicht? Oh, da kommt wieder so ein bekloppter. Guck mal, eine ganze Armee. Nee. Ey, haut doch ab. Es kommen immer mehr anderem. Guck mal, was bin der jetzt von mir? Oh, shit, ey. Virginia. Da kommen wieder die Verrückten. Und zwar ganz viele von denen. Können wir das hier so abschließen, ne? Einmal rum, ne? Äh, warte. Guck mal mit, ich zeig dir die. Guck mal, wo die sind. Wieder an der Base. Da hinten ist auch einer. Die können mich auch hier treffen, hier oben, ne? Guck mal. So ein Scheiß. Ich will doch nur meine Base bauen. Hast du Steine gebohrt? Ja, da ist einer. Ich weiß. Die sind überall hier. Die kommen alle über diesen scheiß Fluss hier. Über den See. Siehst du? Der ist gegen die Falle gelaufen, ne? Jetzt hier ist noch ein lecker Fisch. Immer noch der von eben. Alter, ist hier was los. Zack. Ich will mal die nicht essen, sondern nur nehmen. Ach, ich kann die gar nicht nehmen. Wieso? Rottenfisch. Siehst du? Die sind alle durch. Alter. Rottenfisch, Rottenfleisch haben wir hier auch. Nein, ich habe das gegessen. Ich wollte das wegschmeißen. Nein. Rotten. Der ist noch gut. Gut. Sie sind alle schon rotten. Oder? Nein, die sind gut. Wieso waren die denn gelb? Nein. So, schließen. Der war doch rotten. Nein. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Okay. So, der holt jetzt keine Steine, weil jetzt da jemand ist, ne? Ah, komm. Tu die doch mal da drauf. Schließen. Und den kannst du auch nehmen. So, was ist denn jetzt mit dem? Oh. Ach, von der Seite kriegt man selber auch Schaden? Okay. Ach. Ach. Oh, da ist ein Stein vor mir. Oh. Alter, echt. Da kennt die keine Gnade, ne? Der gibt nix. Na, der gibt ungefähr nix. Alter, räumt die hier auf, ey. Räumt die hier auf. Nix. Ich hab keine Medizin mehr. Ich muss irgendwie gleich mal so eine Tour machen. So, weißt du? Wir haben nur so einen Beutel gehabt von denen, ne? Die hab ich auch noch gar nicht geöffnet. Was ist das denn alles? Ah, so, Krimskrams. Okay. Austern. Der nächste Beutel. Heute mal eine Beutel packen. Okay. Feder. Alles gut. Alles so nützliches Zeug. Okay. Das machen wir auch mal auf. Okay. Austern. Der nächste Beutel. Da ist eine Medizin, alter. Sehr geil. Das haben wir gebraucht. Das haben wir gebraucht. Nichts. Okay. Das weg. Der nächste Beutel. Noch eine Medizin. Geil, 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 geil. Und der letzte Beutel. Okay. Viel Klebeband. Sehr gut. Ich schmeiß trotzdem eine rein. Du droppst nix, ne? Nö. Er hat nix gedroppt. Die liegen überall hier. Wie lange dauert denn der Winter? Federn können wir hier sammeln. Genau. Ist ja cool. Den Bereich lassen wir so offen. So. Machen wir das hier. Auch wenn die erstmal keine Befestigung haben. Nein. Von Sicht. Was ist das denn für ein Geräusch? Keine Sticks mehr, was? Okay. Dann machen wir weiter mit den Steinen hier. Etwas befestigen. Hä? Bin er nicht mehr? Okay, okay. Dann nicht. Zwei. Drei. Zieht das ja kaum, ne? Mhm. Danke. Hast du mir auch einen Stein gebracht? Kannst du fallen lassen. Ach. Sehr geil, wie die aufräumt. Einfach nur zu geil. Ständig will er trinken. Ich brauche Steine. So. Kannst du dich bisschen aufwärmen. Kannst du dich bisschen aufwärmen. Ja. Ich schmeiß das alles hier hin. So. Zack. Und dann hier noch ein paar. Ah. Wieso ist hier keiner? Da fühlt auch einer. Ich hole mir ein paar Sticks. Ja. 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 Aufwärmen. So. So. Hier hat einer gefehlt. Würde ich meinen Da Und einer hier Ja genau Mach mal ne Pause Du bist Bestimmt schon ganz Am Ende Steine suchen So Ich nehm ja noch mal ein paar raus Da werden noch welche angezeigt Das war ja der neue ne Genau Das war auch der neue hier Jetzt haben wir wieder keine mehr Tja So haben wir das ungefähr Gemacht Wir sind hier einigermaßen gesichert Ne Gesaved Das ist nicht roten Das ist noch okay Soll ich denn noch mal sagen Soll ich denn noch mal sagen Ah schon wieder einer Wieso kommst du denn da durch Achso weil halt alles da war Genau Ja Virginia macht das schon Dreimal daneben geschossen Virginia Cool dass du unendlich Munition hast Es wird wieder dunkel Es wird wieder dunkel Wie lange war denn Tatsache es wird wieder dunkel Die prima ballerina Hoffentlich ist es Der winter mal vorbei Alter ey Wo denn Den hast du geholt Was ist das denn jetzt für ein Licht So Ich nehme das alles mit hier Danke 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 Und dann haben wir für heute genug Steine gesammelt Und eingebaut Es wird dunkel Wir gehen rein in die Hütte Wir gehen rein in die Hütte Das Feuer ist immer noch hier an Und wir machen einmal Den hier Aber wir haben immer noch Winter Und wir machen Speichern Und wir machen Pause Und sagen danke Und bis gleich Ciao